Moinsen ihr Flitzbieben, ihr flaumwärtigen Lumpen und alle die nicht so genannt werden wollen. Ich bin der Cubis Erkleber und das ist Teil 8. Ich glaube Teil 8 von meinem Einsteiger Guide. In meinem letzten Video habe ich euch ein paar Impressionen aus dem Studio-Proberaum gezeigt und in dem Video ich versuche mich heute mal kurz zu halten. Ja, der Versuch scheitert anscheinend schon wieder. Ich zeige euch hier mal ganz kurz, wie ich die Aufnahmen organisiert hatte. Ich habe mir für jeden Song, den die Band mir im Vorfeld natürlich genannt hat, mit BPM und Pipapo, schon mal ein Projekt angelegt und habe das dann auch in einem eigenen Projektordner gespeichert und so weiter und so fort. Und für jetzt den Song, der heißt eigentlich Augen zu, aber ich habe mir da einen Scherz erlaubt und habe ihn Augen aufgenannt. Ja, man verzeiht mir das bitte. Ja, also ich habe hier die Spuren angelegt, von denen ich wusste, was wir da tun werden oder so genau wussten wir das nicht. Hier steht noch Kick-In. Das war kein Kick-In-Mikro, wer das letzte Video gesehen hat. Und da habe ich das ja gezeigt, dass ich in der Kick gar kein Mikro hatte, sondern dieses Mikro ist eigentlich ein Mikro, was auf der Schlagfellseite von der Kick-Tram direkt auf dem Bieter zeigte. Ja, letztes Video angucken, da wird das gezeigt. Ich hatte aber in dem Moment was anders zu tun, als die Spur hier umzubenennen. So, die ganzen Spuren, die wir aufgenommen haben, habe ich in einen Ordner geschoben und habe diesen Button angemacht, der heißt als Gruppe bearbeiten. Das bedeutet, dass alle Aktionen, die ich durchführe, auf allen Spuren stattfinden. Also ich klicke nur auf einer Spur Aufnahme aktivieren und man sieht, es funktioniert nicht. Ich mache das natürlich auch in einer Spur. Klack. Und jetzt, achtet mal hier drauf, ich steppe mit den Pfeiltasten mal durch, sind alle Spuren auf Aufnahme ein und wenn ich das ausschalte, werden alle Spuren Aufnahme aus. Ja, man kann auch alle markieren und dann mit Steuerung, mit Shift und Alt darauf klicken, dann sind auch alle aktiviert. Aber ich habe mir das so angewöhnt, das hier über diesen Ordner zu machen. Dann ist das ein Klick und alle Spuren sind aufnahmebereit. Ja, ich hatte natürlich im Vorfeld auch für jede Spur dann den, ne, achtet mal hier drauf und ich klicke mal wieder mit den Falltasten durch. Hatte natürlich überall den richtigen Input für die Spuren, die wir aufnehmen wollten, schon gewählt. Und wie ich auch in einem vorherigen Video schon gesagt hatte, wirklich verwenden wollten wir nur die Schlachtzeugspuren. Bass, Gitarre und Gesang von der Jule wurden mit aufgenommen und sind aber eigentlich nur Guide-Tracks oder Begleitspuren in dem Moment der Aufnahme für den Pascal am Schlagzeug gewesen. Aber aufnehmen tue ich die dann trotzdem immer. Wer weiß, vielleicht ist der Bass-Take zum Schlagzeug-Take vom Pascal perfekt und wir brauchen den gar nicht neu aufnehmen und dann hätte ich dann diese, in Anführungsstrichen, Guide-Spur vom Bass benutzen können. Gitarre habe ich auch einmal DI und einmal über den Line 6 HX-Domp, wenn er so heißt, glaube ich zumindest, vom Stefan aufgenommen. Da könnten jetzt noch mehrere Gitarrenspuren kommen oder hätten kommen können, wenn wir jetzt da bei den Overdubs noch ein Amping gestellt hätten und hätten den Amp mikrofoniert und so weiter und so fort. Ich finde aber, dass der Sound aus diesem HX-Domp, so wie der Stefan sich den zusammengebastelt hat, der ist okay und den werde ich benutzen. Und der Stefan sagte auch, nö, brauchen wir gar nicht, wir brauchen keinen Amp aufbauen, wenn das Ding reicht, dann tue ich das. Die DI-Spur ist trotzdem vorhanden. Das werden wir in späteren Videos sehen, wenn ich dann mal so eine Gitarrenspur zum Beispiel edite. Anhand der DI-Spur kann ich halt einfach besser sehen, wo ich schneiden kann und so weiter. Sehen wir auch, können wir gleich sehen, wenn ich den nächsten Step gehe. Also, so war die Session vorbereitet zum Aufnehmen. Dann mache ich das hier mal zu. Ne, nicht speichern. Das ist der falsche. Hier ist der richtige. So sah das dann aus, nachdem aufgenommen wurde. Wieder dieselben Spuren und wir haben bei diesem Song zwei Takes aufgenommen. Das hier sind die Unterspuren. Kommt auch ein separates Video zu, wenn wir uns um das Comping kümmern. Wir haben von dem Song zwei Takes aufgenommen. Die Band ist gut eingespielt und der Pascal ist auch ein hervorragender Schlagzeuger. Deshalb war das eigentlich alles recht rucki zucki im Kasten. Und wie wir hier unten sehen bei der Bassspur zum Beispiel, guckt mal hier auf die Tracknummer. Das ist Kickin 03 und hier ist der Bass 03 und Bass 04 auch nur zwei Takes aufgenommen. Und bei jedem Take hat die Band halt einfach zusammen eingeknüppelt. So, wie gesagt, die vier hier eigentlich nur Guide Tracks für die weiteren Overdubs. Und dann, das wird dann wieder gespeichert und dann habe ich das Projekt unter einem neuen Namen abgespeichert. Hier seht ihr, das ist alles im selben Projekt-Ordner übrigens. Auch ein Video mal zugemacht. Hier Dateistruktur für Album-Produktion. Guckt in der Playlist irgendwie durch, findet ihr. So, machen wir den hier auch zu. Das Projekt aktiviere ich mal gerade. Das kann jetzt in Klammern mit dauernd. Ich pausiere in der, ich pausiere, ja, ich pausiere zu der Zeit mal gerade die OBS-Aufnahme. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir schon wieder. Ja, was ein Projekt aktivieren ist mit diesem Blitz, der jetzt nicht mehr sichtbar ist. Da kümmern wir uns drum, wenn wir uns mal hier so um das Projektfenster kümmern. Aber das werden dann, glaube ich, das mache ich nicht hier in dieser Reihe, sondern da mache ich mal, wenn ganz, ganz, ganz andere Tutorials mache. Dann kommen wir dazu. Ja, nicht abschweifen. Ich versuche mal unter zehn Minuten zu bleiben. Ich glaube, das gelingt mir wieder nicht. So, wir sehen hier wieder dieselben Spuren. Ich habe dann schon mal ein paar Gruppen, gehen wir mal in den Mixer, ein paar Gruppen angelegt, für die Kick, für die Snare, für die Overheads und so weiter und so fort und dann eine Drumgruppe als solches und habe das dann so ein bisschen ganz auf die Schnelle mal vorgemischt, damit sich das Schlagzeug dann einigermaßen anhört. Und darauf haben dann der Sven am Bass und der Stefan an der Gitarre neue Takes aufgenommen. Und da habe ich mal gerade alle Spuren gleich groß, dass man die auch sehen kann. Hier habe ich mal einen Ordner erstellt. Da sind die ganzen, die vier Guide Tracks drin, also Bass, Gitarre und Gesang. Und als dann der Sven und der Stefan aufgenommen haben, war natürlich der Guide Track von der Jule noch aktiv, dass die also den Guide Track von den Vocals auf den Kopfhörern hatten, um ein bisschen sich im Song zu orientieren und das richtige Feeling zu kriegen. Aber weil wir jetzt hier unten die aufgenommene Spur von der Jule nachher als Overdub haben, kann ich die auch wieder ausmachen. Ich mache auch mal diesen Ordner hier zu. Ja, und dann sehen wir, hat der Stefan zwei Takes aufgenommen und der Sven hat auch bei beiden Takes mitgespielt. Ihr seht wieder hier diese Tracknummer 08, 08, 011, 011, ja, 11 und 11. Und wir haben beim Schlagzeug auch den zweiten Take, also 04, als den besseren erachtet. Und deshalb haben die Instrumentalisten und später auch die Sängerin auf dieses Schlagzeug dann eingespielt. Und beim Sven haben wir uns auch dazu entschieden, dann von den Overdubs den zweiten zu nehmen, weil der Sven den besser fand, ich auch. Ja, und die Jule hat dann gesungen. Dann haben wir hier noch die Jule zweimal zwei Backing Spuren und der Sven hat auch noch ein bisschen mit gegrölt. Ja, und so sieht das Projekt dann aus am Ende der Recording Session. Wie gesagt, wir haben acht Songs an zwei Tagen aufgenommen, Schlagzeug komplett, komplett Gitarren mit jeweils Doppelung, Bass und alle Gesänge. Das haben wir an zwei Tagen geschafft. Das deutet darauf hin, dass die Band hervorragend vorbereitet war. So, und ich gucke auf die Uhr. Wir haben genau jetzt zehn Minuten, zumindest jetzt in OBS. Mal gucken, welche Äns und Äms und so weiter ich nachher rausschneide. Ich wollte bei zehn Minuten bleiben. Das habe ich fast geschafft. Und ich werde euch jetzt einfach mal die rohen Aufnahmen, naja, ganz so roh sind sie nicht. Ein paar Sachen hatte ich dann hier reingeschmissen. Ne, hier so ganz rudimentäres Equalization auf der Kick und nur auf dem, na, willst du wohl? Was ist denn hier los? So, ähm, hier irgendwas auf dem Raum Mikro und ein Preset geladen. Nur damit sich das Schlagzeug, äh, also ne, das ist der Bass, ähm, die Guidespur, die könnte ich auch ausblenden. Ne, das ist, äh, das habe ich hier nur drauf geschmissen, ähm, ähm, bisschen hier Lautstärken abglichen und, äh, ein paar Panoramapositionen gesetzt, damit für die Jungs, die, ähm, dann Bass und Gitarre eingespielt haben und später auch für die Jule, ähm, sich das vernünftig anhört, ähm, ähm, und man ein bisschen Spaß hat beim Einspielen. Und dann, als wir den, auf den Gitarren habe ich gar nichts gemacht, sehe ich, die habe ich nur links rechts geschoben, ähm, die die I-Spuren ganz leise, also auf Null. Und beim Bass habe ich auch hier irgendwie sowas gemacht. Da ist nur so ein, äh, so ein L-A-2-A-Klon drauf, damit der sich halt schön durchsetzt und die Jule dann nachher beim Einsingen, äh, einen schönen Sound hatte. So, das spiele ich euch jetzt mal vor. Ähm, ich lasse die Finger vom Mischpult. Ja, das sind quasi die rohen Aufnahmen. Viel Spaß dabei und nochmal vielen Dank an die Band Fräulein Rottenmeier, dass ich das hier alles so mit deren Material veranstalten darf. Viel Spaß. Das Blickfeld verschwommen, die ganze Nacht durchwacht. Der Glanzverklang, das habt ihr nicht bedacht. Warte nur lang genug, dann gibt's ein Ja. Warte nur lang genug, dann gibt's für immer Ja. Ihr habt entschieden, ihr packt das Leib nicht schwer. Was ist geblieben? Hier ist echt nichts mehr fair. Melodramatisch. Warte nur lang genug, dann gibt's ein Ja. 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 Ja. Warte nur lang genug, dann gibt's ein Ja. Ja. Warte nur lang genug, dann gibt's ein Ja. Warte nur lang genug, dann gibt's für immer Ja. Ja. Warte nur lang genug, dann gibt's ein 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 Ja. Warte nur lang genug. und beim Bass musste ich ein bisschen was machen, hat der aufmerksame Zuhörer wahrscheinlich gemerkt. Da war der eine oder andere Ton nicht ganz da, wo er hin sollte. Das lag aber daran, dass wir, wir haben uns natürlich bei den Aufnahmen an das Hygienekonzept gehalten und haben zwischendurch mal gelüftet und dann hatten wir leichte Temperaturschwankungen im Raum und der Sven hatte dann leider ein bisschen den Bass verstimmt und ja, da kommen wir aber später zu, wenn ich euch da ein bisschen was zeige zum Editing vom Bass. Mal gucken, in welchem Video ich das dann noch verwurste, aber ja, was soll es? So ist es halt manchmal, da achtet man dann in der Recording-Aktion nicht so drauf, weil die Stimmung gut ist und alles lustig und tralala. Ja, und dann stellt man nachher fest, oh, der Bass war ein bisschen verstimmt. Ja, kann man sich jetzt nochmal treffen, den Bass nochmal neu aufnehmen oder man zieht die Töne halt gerade und der Sven sagt, das ist für ihn okay und von daher lassen wir das jetzt mal so. Ja, Endergebnis kriegt ihr dann irgendwann mal zu hören und bis dahin, beziehungsweise bis zum nächsten Video verbleibe ich wie immer mit Hautschlag rein, trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben. Ja, also aus dem die Stimmung zu sehen, Vielen Dank.